Musik Was meinst du denn jetzt für die Festtage? Du hast ja heute den Ansatz gefärbt. Meinst du, ich brauche noch ein paar Highlights? Das sollten wir dann nächste Woche machen. Ja. Und ein bisschen die Spitzenstunde. Und die Spitzenstunde, genau. Was bietest du denn sonst noch so an? Und dann kann man hier Maniküre, Pädiküre, Boxing, Kosmetik, Behandlung. Klasse. Und kann ich das dann während der Zeit, wo ich hier bin, zum Beferdung machen? Kann ich das alles zusammen buchen. Schön. Das ist ein toller Service. Das ist ein super Service. Und wo parkt man hier am besten? Ich habe hier vorne ein Parkhaus gesehen. Und ist das auch bequem einzufahren? Ja, das ist super. Und nicht so teuer. Und nicht so teuer. Ja, gut. Die Crew ist auch so nett. Sie sind alle so fröhlich. Sehr früh. Und man lacht hier ordentlich. Das habe ich gerne. Schön. Super. Aber du siehst, dass die nicht mehr so springen. Da müsstest du ein bisschen ein neuer Schnitt wieder rein. Was kostet das so bei dir, wenn du einen neuen Schnitt machst? 60. Zwischen 60 und 60 Euro. Für die Haare. Für kurze Haare. Es ist gleich. Und ist die neue Schnittlie her. Untertitelung des ZDF, 2020